Wie heißt der? Story Screenshot sieht man eh nicht Ah privat Bei Story sieht man nicht Ich hab schon mal getestet Halt Alice Hä? Wo? Hat mir Döner-Teller gegessen? Die sind in dieser Ah an dieser Ecke Ich fick Bild Das ist nichts Die kleine Basse aber dass sie T-Shirt anhaben ich guck mal 15 grad jetzt 20 grad mittags alle dick bock der Hurensohn ich guck mal jetzt Hotel plus Flug Dicker ich guck einmal eine Woche hier während Schulzeit ich mach krank ich mein's dann wenn unter 300 ist wir gehen ey 287 warte ich filter ich mach sortier nach Preis 192 Junge 192 wieviel kostet Flugticket 180 Digge Niemals kann Flugticket so günstig sein ich guck jetzt mit Pegasus nicht gelaufen damit fliege ich nicht Absturzrisiko 80% geführt Junge die Sitze sind so eng du bist einmal eingequetscht mit 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 Mutrittschwaden Okay, spring doch Ich rassi euch Okay, bist schnell, gell? Leute, geben Gegner Assist, alle Ja, mit viel Übersicht Sieht gefährlich aus Nein Alle Du hast gerade deine Eier in deinem Mund gehabt, du Hurensohn Was macht er draus? Schönes Zuspiel Klasse gespielt, guter Steilpass Das muss es sein Beste Torwart der Welt Kurze Ecke jetzt Und es geht den Abstoß weiter Guter Pass jetzt Da verlieren sie den Ball Ich hasse sowas Alle, weil du billig bist, junger, du kleiner Hurensohn Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab Okay Ich war dreimal da, alle Bei zwei Versuchen Keine Foul Ja, jetzt war geplant, Digga Guck, zack, zack und schlaufe Okay, lass dich doch faulen So wie den Alle So wie den Alle So wie den Aua Okay, wieso trifft man nicht Ich bin schlecht, ja Ja, wieso sag ich sonst Ich bin sauer Ja, da macht er alles richtig Ich weiß genau, wo der Ball hin muss Ich kann warte Der muss doch ausrasten Und jetzt gehen sie über die Flügel Es gibt hier Einwurf Irgendwas Das ist so Gute Aktion Das könnte was werden Macht er gut Vom Flügel zieht er jetzt da hin Schwanz Alle, komm mal her Komm mal her Komm mal her Guck mal, was für Ohren so Pisse Komm mal her Komm mal her Ja, Junge Bist geflogen, alle Komm, komm Komm, du Fotze Kall mal Kleiner Depp, du Bot kriegt keinen Fokus Okay, warte Ecke Wenn ich berührt habe, bin ich ein Hund So Wie, 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 wie Wie, 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 wie Gefährlich aus Safe Da weißt du Da haben sie jetzt Platz Kann er was draus machen Komm mal Er drinnen Ich muss natürlich auch ein bisschen Glück haben Hat leider gefehlt Man, weil der so groß wie ein Schwanz ist Guck mal, ich stehe Kleiner Depp Kretsch denn noch ein stausch da muss die abwehr nichts machen das war ungefährlich Wieso wie so'n Hurensohn, wieso wie so'n Hurensohn, wieso wie so'n Hurensohn, alle, komm mal her, ich schwör auf alles, ich hol mir mindestens drei Rote, ich schwör auf alles, alle geil, guck mal, wie ehrenlos, ja, das sind schon drei Rote, alle, was war's, ne, jetzt ist das einfach, du tischst, Ölöf, 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 2 1 2 1 4 5 5 2 Okay, wieso braucht er vier Jahre, um zu finden? Das ist Liga 7, chill. Die machen Filtern, nur abfackende Leute. Das ist Liga 7, chill. Die machen Filtern, nur abfackende Leute. Die machen Filtern, nur abfackende Leute. Und ich glaube, wir haben uns heute genau für die richtige Partie entschieden. Alle Mann fliegt. Fliegt alle. Okay, alle Bot, du bist doch da, du Nuttensohn. Denkst du kommst durch? Die kommen jetzt über außen. Bot fliegt. Ehrenlos sowas. Geht dazwischen und hat den Ball. Da ist die Chance für die Flanke. Was macht er draus? Na was? Bei der Oberung, ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Gute Aktion. Das ist die Chance. Das dürfte ein Video. Der beste Jubel jemals. Ich schwöre, wir haben es erfunden. Ich schwöre, ich habe es nicht von einem kopiert. icht, ja. Was denkst du dir, zackl. Pah. Vitamin ist Platz. D-Pi. Memphis. Memphis fliegt! Wieso mit rechts? Guck mal. Ich hab den an! Ich hab den an! Fick'n! Fick'n! Altintop! Nein, ich wollte zu mir spielen! Der fliegt! Dachtest du, oder? Sieht gefährlich aus! Jetzt könnte die Hereingrabe kommen! Defensiv mahnt ist gut! Ich tete nicht Rabu! Ich tete nicht Rabu! Und jetzt ist schon! Ich tete nicht Rabu! Rabu! Ich tete nicht Rabu! Ja, könnte was werden! Die Vorwärtsbewegung jetzt! Er sucht die entscheidende Lücke! Starke Arbeit ist! Ach du Fotzensohn! Suche dir an den Ball! Oh Gott! Der fliegt! Ach Gott halt! Der fliegt! Ich tete nicht auf dem Weg! Ich tete nicht auf dem Weg! Der fliegt! Der fliegt! Er ist gefährlich! Das ist gefährlich! Stoff! Aua! Komm, der willgt meinen Proenschirm. Komm, wie schnell mitzieht! Aua, nein, ey, nein, ich flieg. Super dieses Zuspiel, was macht er draus? Hahaha, ey, du bist schon. Oh, du bist schon. Oh, du bist schon. Komm mal her, Junge. Schwaches Zuspiel, schade, Ball ist weg. Hahaha, ich flieg. Schwaches Zuspiel, kein Wunder, das war nicht überhaupt. Jiggis, mit ihm Jiggis, mit ihm Jiggis. Aber wirklich, Alter. Gute Aktion. Gute Aktion. Gute Aktion. Hahaha. Ah, legeil. Guck mal, der. Hahaha. 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 Ok. ITD-Trabu. Ätödöd. Allah, hast du doch jetzt. ITD. Ja? 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 ITD. Mach's den, hä? Fotzen. Du hast eine Chance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Hahaha. Den Harder Smile. Wild ich auch. Jetzt könnt's gefährlich werden. Ja? Ja? Das hat abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zwischen. Hahaha. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Und da ist der Ball wieder weg. Hahaha. Geldverdächtige Aktionen, das könnte durchaus geahndet werden. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Jetzt kann die Hereingabe kommen. Schönes Decklegen und den Ball erobern. Okay. Eeeeyyyy. Ich kleb auch. Macarooni. Wie der Trikotanbieter von Nemohlen so vereint. Malle Komma Heads. Stiff Naldinho. Alles klar, er hat seinen gerätscht, deswegen faul. Getränke. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Helle Betts. Jetzt ist es gefährlich. Gefährlich. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. So, Contarchance. Vielleicht jetzt. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein. Weil so einer Contarchance. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Alle, Junge, ihr seid so billig. Mach du Tricum. Komm mal Heads, komm mal Heads. Mit der Aktion holt er sich wohl Gelb ab. Es geht dann jetzt weiter wie ihn gewillt den Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und das ist der Ballverlust. Helle, mach doch mit Trick. Und damit der Trick macht. Der Abwehrspieler hat gute Chance. Warte. Und gefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Ja, 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 ja. Ja. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ja, ja. Natürlich wird er abgeblockt. Aber der kriegt den zweiten Ball wieder. Wieder. Ihr seid so billig. Ich bin gespannt, was für Pros die haben. Das ist der Flaldinio-Meinstru. Nichts. Nichts. Hä, ist auch nichts. Na, le. Unser, alle. Guck mal. Ich hab den abgestochen. Alle, alle, alle. Leute, sie jubeln. Und mit dieser Show sind sie dran. Sie haben den Anschluss. Es ist noch genug Zeit, um den Ausgleich zu schaffen. Oder ich will es gar nicht aussprechen. Vielleicht sogar noch mehr. Oh. Oh. Guter Vorstoß da jetzt. Super. Nein. Alle, ich hab den im Dring gesehen. Ich hab den im Dring gesehen. Wie Christophs Boy. Mach. Spiel doch. Ich bin komplett frei. Okay, nein, gell. Alle, mach doch mal ein bisschen nach außen, alle. Nein. Okay. Ich bin nicht mal da. Alle, grätsch doch. Du liebst es, gell. Ja, alle, das ist neu. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da muss er flanken. Und die Balleroberung, wichtig. Ja, aber bringt null. Ich schwöre, nein. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Okay. Du machst aber 10 Mal. Wirklich 10 Mal. Er macht diese. Du musst gar nicht drücken. Er drückt aber. Pff. krank, dinge. Ich hab den aufgegessen. Aua. Juge, was für so ein Spiel ist 2-1. Das ist ehrenlos. Was machst du da, alle? Aua. Guck mal, den da. Er spielt den Pass noch, Schwanz. Was macht er draus? Jetzt ist es gefährlich. Ja, mit viel Übersicht. Keeper ist da. Keeper hat den Ball. Aber das war knapp. Das war Maßarbeit. Das war's. Gott, ist schneller. Ist schneller? Alle, reich doch mit dir. Alle. Was machst du denn da? Aua. Alle. Danke, gell. Danke. Getreke. Alle, kann ich schon zurücklaufen? Alle. Hey. Dürcht's. Schwöre. Wirklich durch. Getränke. Guck mal, wenn die geht. Leute müssen erst annehmen. Ich fliege, weil ein Ardanschbetraub fliegt. Alle. Okay. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Renn, renn, renn. Renn, renn. Renn. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal. ja alles Ich hab alles gesehen Ja Junge, rot Elmer Uno El Dos Qua D Er fühlt Ok Aaaaaaaaaa Ey Deid Slash idiot Aller Junge 2 zur Halbzeit Wir haben nichts gemacht Aber Leute können keine Tore schießen Guck mal an die Statistik jetzt Ich bin nicht gespannt Ok geht Die 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 Und er rickficken, er rickli. Udi, Trabzong, oh man. alle leute ziehen ins deutschkopf junge seine prime moments keine worte das ist kein mensch abdelrahim ok ok wieso musst du auch direkt spielen bringt ja nichts aber wir merken immer der kommt fast nie durch ok du musst da einen Köpfen ja das gibt naja Prozent so gut stehen Prozent Stil-Taktik 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 Blodisch Guck mal Alle wie der aufgestattet ist Wie frech Der liegt Der ist oben So Von einer Sekunde Was machen wir da Alle Alle Einfach halt knallt gegen Latze Alle Den hat gebrochen Okay Ecke kommt in die Mitte Sie können nicht klären Den weiterhin bedrängen ist Guck mal den Guck mal den Rotkarte Da reichen mahnende Worte Das Spiel hat ja eben erst begonnen Okay Super dazwischen gegangen Für Arda Small glaub ich Nein Okay Ein berechtigter Freistoß Macht er gut Alle Das war so Baba geplant Aber Gefährlich Nicht gut gearbeitet Nachher Hilf fürs Abschluss geben jetzt Zu traurig Hm Hm Klasse Pass Klasse Pass Na jetzt müssen Sie aufpassen Keine Schwierigkeiten Hier bei diesem harmlosen Versuch Einwurf Das ist ein dreckiger Pass Das ist ein dreckiger Pass Hey Komm mal her Ja Was ein Wuchen so ein Schuss Ich hab seine Mutter gefickt Keine Ahnung Ball 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 Okay Egal komm Ganz schnell nach vorne Alter Smeif Ich muss sich alles drehen Tsk Was macht er draus? Da haben sie den Ball Gut gemacht Save Wo ist das Wo ist das Foul? Gute Aktion Ach du Scheiße So ist das Wischbar Klasse wie er das macht Holt sich den Ball Der fliegt Weißt du wer auch fliegt? Deine Mutter wünscht die Grätsche Uff Digga das war die beste Grätsche jemals Ich schwöre aber das war einer der besten Grätschen jemals Ich schwöre aber das war einer der besten Grätschen jemals Das war diese Luis Gustavo Hast du gesehen? Er macht Ronaldo Mit Rücken Er macht Ronaldo Nein Kann er was draus machen? Starke Aktion Er ist jetzt vielleicht Gehalt 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 Wieso gehst du hin? Wieso gehst du hin? Wieso kriegt der Fokus wenn's je abseits ist? Ich check's nicht Warum gehst du hin? Check ich nicht Gute Checking Gute Checking Uff Und jetzt die Chance Das Tor ist okay erstmal für klare Verhältnisse Und mit dieser Führung im Rücken Da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen Das Tor nimmt er gerne mit Alles Open Ich glaube Den kann er gar nicht mehr verschießen Hedge voll gedrückt Hahahaha Schön Man macht schon FIFA Street draus Alles Open Das ist jetzt Platz Ich zieh zurück Best Hu e Roma Ich zieh zurück Da müssen sie aufpassen Jetzt Das ist nun so Da können sie jetzt flanken Karla Außen weiter unten aber Man trägt Schuss Jaa deswegen lachst du Leute wollen rot Jetzt die Flanke Habe ich schon Safe Ist doch gegen mich geknallt Irgendwie So lange Das ist kein Problem Alle sind bereit Die 2.45 Minuten stehen an Was sagt den Kamil nochmal Würde denn nicht Würde denn nicht Würde denn nicht Nein Jaa Jaa Guck mal die Die denken hier Der Außenseiter liegt vorne Was für Außenseiter Jaa Und dann sind eben auch die Analysen Alle hinfällig Wenn man so leidenschaftlich agiert Er setzt sich durch Und jetzt könnte es was werden Der muss doch drin sein Jaa Jaa Würde denn das Alle komm mal her Jaa 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 Die Fooddoy Ohangen Gooooooucks Goal Gooooo Goal Here To To